Vodafone zeigt hier auf der IFA 2013 in Berlin unter anderem die neue Xperia Z Serie von Sony. Hier das Xperia Z in schwarz. Durchaus stylisches Gerät mit einer 13 Megapixel Kamera und 16 Gigabyte internem Speicher und die Besonderheit neben LTE auch, dass das Ding wasserdicht ist. Ich kann es hier einfach mal rein halten und wie man sieht bleibt es trotzdem am Leben. Ich kann es hier wieder rausholen und weiter benutzen. Selbst mit ein wenig Wasser auf dem Display kann ich die normalen Funktionen, wie man sie von einem Android Gerät kennt, nutzen und auch durchs Menü scrollen. Das ist ein wenig Wasser auf dem Bildschirm. Untertitelung des ZDF, 2020